Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Die Siegel Online. Heute befinden wir uns auf dem Testserver von DSO, da dort das Jubiläumsevent 2022 aufgespielt wurde. Und ich möchte in diesem Video euch alle Gebäude, die es natürlich neu gibt, alle Pakete und alles, was es sonst noch so im Shop gibt, euch zeigen. Aber sei gesagt, dass das natürlich auf dem Testserver basierend ist. Das heißt, alles, was ich euch sage oder zeige, kann auf dem Live-Server natürlich noch anders sein oder es werden noch Veränderungen sein. Daher bitte nicht aufregen, wenn sich irgendwelche Sachen oder Kosten sich ändern. Das ist ja in Zukunft schon mal passiert. Daher Füße stillhalten sozusagen und einfach am 29.08. beginnt das Event auf dem Live-Server. Wie immer um 10 Uhr gehe ich jetzt einfach mal davon auf stark aus, dass es auch so kommen wird. Und ja, für diejenigen, die das Event noch nie gespielt haben, eine kleine Erklärung, worum es eigentlich geht. Wir werden eigentlich nur in der ganzen Zeit Ballons produzieren. So viel wie möglich. Und zwar, wie man das machen kann. Ihr befindet euch dann in der Mitte der Insel. Dort ist auch die Festivalhalle. Ihr habt dort drei Produktionswege. Ihr könnt euch jeweils, wenn ihr da draufklickt, euch aus dieser Liste mehrere Sachen auswählen. Also jeweils natürlich eine pro Produktionsweg. Ich habe das jetzt einfach mal mit den Mörsern gemacht, weil ihr 13 Mörser halt zahlen müsst. Also die werden verbraucht sozusagen aus eurem Lager. Und ihr bekommt dort 14 Ballons. Das ist auch das Höchste, was es halt gibt. Daher ist es auch ratsam, Mörser dementsprechend fortzuproduzieren. Ihr habt, wie gesagt, noch etliche Tage Zeit. Daher sollte das eigentlich kein Problem sein. Diejenigen, die noch keine Mörser produzieren können, können sich aus der Liste natürlich angucken, was es für euch am besten ist oder was ihr auch könnt. Und die Festivalhalle kann natürlich auch gebufft werden mit einer kleinen Torte oder einer großen Torte. Die kleine Torte, die macht halt 50 Prozent mehr Förderung. Also sie verdoppelt halt den Ertrag dann dementsprechend. Und da schaut ihr einfach mal, was ihr da so abgeben könnt. Und ich habe das einfach mal provisorisch mit Mörsern, mit Wasser und mit Bier, also mit Malzbier gemacht. Da kommt hier halt zwischen 8 und 14 Ballons. Und das Ziel ist es, halt so viele Ballons abzugeben wie möglich, weil es gibt dann bestimmte Schritte, die in diesem Event dann gibt. Und pro Schritt, den wir vielleicht erreichen, also bis jetzt wurde fast alles erreicht immer, gibt es halt bestimmte Goodies. Geologen, Gebäude, Förderung, was auch immer. Also das müssen wir dann mal sehen, wie es in diesem Jahr geht. So. Jetzt kommen wir zum Shop. Wie immer, für 1.000 Ballons könnt ihr, oder müsst ihr dann 799 Edelsteine kaufen, wenn ihr das kaufen möchtet, auch unlimitiert wieder. Dann gibt es das große Ballonpaket für 3.995 Edelsteine. Dafür bekommt ihr 5.000 Ballons. Das ist schon mal eine Menge. 4.000 Edelsteine, aber ist halt auch ein stolzer Preis. 4.000 Edelsteine. Okay, muss jeder selber wissen, ob er das sich kaufen möchte oder nicht. 4 neue Gebäude. Ich habe, also seht ihr ja auch, zum Beispiel dieses römische Wohnhaus. Und das Maia-Lagerhaus, das Maia-Werkzeugschmiede, ja genau. Und das römische Fischerlager oder Fischermacher. Ja, wie gesagt, Englisch on point. Diese Gebäude könnt ihr jeweils dreimal kaufen. Die römische Residenz könnt ihr für 3.300 Edelsteine kaufen. Drei Stück immer. Dann das Lagerhaus für 4.199 Edelsteine. Der Werkzeugmacher für 5.999 Edelsteine. Und der Fischermacher auch wieder für 5.999 Edelsteine. Die sehen wie folgt aus. Ich habe sie hier aufgebaut. Das ist zum Beispiel der Fischermascher. Ist auch gleichzeitig Stufe 7, wie ihr seht können. Er braucht halt ein Vorkommen. Und pro Produktionsweg verbraucht er sieben Fische. Beziehungsweise vier Fische aus dem Vorkommen. Und er produziert dann dementsprechend für euch sieben Fische. Das Gebäude kann natürlich gebufft werden. So wie der Maya-Werkzeugmacher. Dort werdet ihr Bronze verbrauchen. Und zwar sieben Stück. Und produziert für euch sieben Werkzeuge. Auch dieses Gebäude kann mit allen möglichen Buffs gebufft werden. Das römische Wohnhaus bietet 160 Edelsteine. Edelsteine, genau. 160 Siedler für euch. Es kann nicht erweitert werden. Also auch nicht für Marken oder für Rohstoffe. Daher, ja. Es sieht jetzt auch nicht so schön aus, wie ich finde. Aber ich denke mal, jeder findet da so seinen Weg, was er da holen möchte. Und dann befinden wir uns noch das Lagerhaus. Das Maya-Lagerhaus. Ja, das sieht halt auch. Könnt ihr, wie gesagt, auch dreimal kaufen. Und jetzt ist die Frage 40.000. Genau. Lagerkapazität 40.000. Und auch dreimal erwerbbar. So sehen sie halt aus. Ich finde diesen Fischermacher eigentlich sehr gut. Und also das finde ich mal ein neues Gebäude, was auch optisch sehr gut ist. Weiter geht's mit den Paketen. Dort muss ich sagen, viel recycelt. Leider Gottes. Dieses hier für 14.199 Ölsteine ist einmal verfügbar. Ist halt auch wieder mit einer Ölraffinerie. Ein Geologe, ein, ähm, gut, wie gesagt, Englisch ist nicht gerade meine Stärke. Aber wie gesagt, ein Geologe bekommt hier ein großes Paket vom Ballon. Also für 5.000 Ballons, die da mit drin sind. So ein bisschen klein Zeug da. 7 Tage Premium-Zeit. Ja, warum nicht? Dann das nächste für 12.399 Edelsteine. Dort bekommt ihr wieder ein General. Zwei sogar. Ein Wohnhaus mit den 650 Siedlern, was wir euch aufstellen können. Ein großes Paket an Ballons. Eine große Torte, wo man auch die Festivalhalle mit buffen können. Er hat zweimal sieben Tage aufgesplittet. Wie gesagt, die Premium-Tage. Und eine Premium-Freund-Förderung. Das ist auch ganz okay. Und diesen kleinen Mist lese ich jetzt einfach mal nicht vor. Weil das ist halt, ja, seht ihr ja selber, eine Rekrutierungsanleitung, zwei Ballisten, Katapulte. Ja, kann man machen. Aber ist eine nette Reingabe, sagen wir mal so. Für 14.999 Edelsteine bekommt ihr auch sehr viele Kleinzeug, wie ihr seht, auch wieder einmal verfügbar. Dort ist auch wieder ein General dabei, ein Geologe, dreimal so eine große Torte, auch wieder Premium-Tage. Ein Lagerhaus, ja, ich meine jetzt jemand, der die Paketung noch nicht hat, denke ich mal ganz okay. Aber ist schon, ja, schon ein stolzer Preis manchmal. Dann sind auch wieder ältere Sachen wieder dabei. Und zwar wieder eine, ja, eine Strohbeck-deckte Hütte. Eine Kaserne wieder, was für beide Kasernen wieder ist. Ja, ist okay. Ich würde das auch vorziehen. Dazu komme ich aber gleich noch. Dann Ballonmarkt, den könnt ihr zweimal kaufen für 5.999 Edelsteine. Also es gibt jetzt eigentlich nichts Neues, deswegen gehe ich da jetzt relativ schnell durch. Dann einmal so ein Öl-Tribut für 4.799 Edelsteine. Einmal bekommen wir den speziellen Buchbinder für 6.299 Edelsteine. Sechsmal erhält ich, okay. Er produziert halt ein Manuskript alle fünf Tage. Das auch buffbar ist übrigens. Ja, Entdecker. Dann wieder der General. Nichts Neues, da gehe ich auch nicht näher drüber ein. Der Geologe. Da haben die meisten eh schon genug. Aber für jemand, der noch nicht so lange spielt, eine ganz gute Investition. Ölraffinerien. Zweimal erhält ich für 10.999 Edelsteine. Ähm, ja die Wohnhäuser, die gibt es halt immer wieder. Fünfmal könnt ihr bis auszubauen, bis 650 Siedler. Dann das fliegende Haus jetzt sozusagen. Ja, ist wieder dasselbe. Kann halt bestimmte Sachen proppen. Ähm, ein Wassergebäude für 2.499 Edelsteine. Einmal erhältlich. Okay. Ähm, im Live-Server ist fast jede Stelle bei mir im Wasser verbaut. Daher ist es auch uninteressant für mich zumindest. Aber gut. Dann halt diese alte Baracke. Äh, knapp 7.000 Edelsteine. Zweimal erhältlich. Ähm, bevor ihr euch die holt, würde ich euch empfehlen, lieber dieses Paket hier zu kaufen für 8.499 Edelsteine. Das ist zwar einmal erhältlich, aber ihr habt, oder ihr bekommt halt wesentlich mehr dafür. Wie gesagt, eine strohbedeckte Hütte für Siedler. Ja, ist okay. Beziehungsweise habe ich mir damals auch mal zweimal geholt. Daher, ja. Ja. Boah, das, ne, das wieder hier den Medizinkoffer herstellen. Ja, dauert halt relativ lange für 14 Tage Laufzeit. Boah. Okay, die strohbedeckte Hütte könnt ihr, wie gesagt, zweimal kaufen. Wieder für 3.199 Edelsteine. Der Entdecker, Geologe und wieder so ein, so ein, davon habe ich schon mittlerweile genug. Jetzt kommt wieder dieser kleine Mist. Schaut es euch einfach an. Wie gesagt, Pfeile, Ballisten, Buff für die, ja, für Sachen. Hier gibt es auch diese große, ähm, Geburtstagssorte für 2.000, äh, für 285 Edelsteine. Die Buff-Dauer, wenn ihr das auf die Freundesinsel buffen solltet, dauert 14 Stunden, äh, 24 Stunden. Und wenn ihr sie selber für euch bufft, nur 16 Stunden. Und der Rest ist halt, ja, Standardzeug. Ja, das war's eigentlich schon. Ich hoffe mal, ähm, ich habe euch den ersten Eindruck vermitteln können, was es gibt. Mein Favorit ist halt hier diese Fischer, diese Fischerhütte. Die sieht sehr gut aus, ähm, werde ich mir mindestens einmal holen. Und der Rest muss ich mir mal noch überlegen. Ähm, ja, das war's eigentlich schon. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen und auch gut informiert. Wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, gerne den, äh, Kanal abonnieren. Auch, ja, äh, kommentieren und auch einen Daumen hoch geben. Das wäre sehr nett und unterstützt mich. Alles kostenlos. Daher, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Jubiläum, beim Jubiläumsevent 2022. Auf Wiedersehen.